Nach diesem atemberaubenden Folge geht's jetzt, glaube ich, endlich ins Finale. Control Room! Bitte nicht wieder verstecken vor so nem Vieh. Ich will nicht mehr. Ich hab genug. Ich will nur noch... Ich... was? Ich will nur noch nach Hause. Ich will nur noch die Sterne sehen. Man hat gleich keine Zigaretten mehr. Ich will nur noch die Arche ins Weltall schießen. Finale! Oh! Und ich würde gerne meine Hand noch mal irgendwo in den After stecken, damit ich ein bisschen besser drauf bin, weil der schwankt gerade so ein bisschen so. So, hier ist... Catherine hat schon lange nicht mehr mit uns gesprochen, ne? Ah, da ist er wieder. Was ist mit deinem Arm? Es ist kompliziert. Ich muss nur eine Sache wissen. Ich habe beide Arme in den Arm, richtig? Ja, natürlich. Aber du bist okay? Kannst du etwas tun? Ja. Wir müssen das einfach mal mit. Hast du den Arm? Ich habe, aber ich habe es auf meinem Weg hier, auf einer Automated Tram-Train-Train-Train-Train-Train. Also sollte es irgendwo sein. Das ist gut. Wir gehen. Aber ich muss nicht ja auch schon malapa gucken. Aber ich muss es ja понимieren! Wir gehen. Aber ich finde es gut. Ja, so für mich Reynolds-Train-Train. und schaue das wir jetzt auf dem Arm. Und er machte dir das einen großen Ort. Ich hoffe, dass alles okay ist mit dem Spasskopf. Ja, ich wüsste, dass ich einen dieser von diesen kann. Was haben wir denn hier stehen? Das ist schon wieder so hell alles. Standortkarte. Aha, mhm, ja. Ist ja irgendwie klar, ne? Warte mal, da waren wir ja gerade in der Tür drin, da geht's nach unten, nach da und am Lager blinkt irgendwas. Es kann sein, dass wir da hin müssen. Dann bin ich mal erstmal, oder? Warte mal. Das fühlt sich als der längste Tag in meinem Leben. Hat es nur einen Tag gewesen? I have no idea. Our time together is a confusing patchwork of moments to me. What time is it then? What day? It's May 11th, 2104, 3.30 a.m., but I don't remember when we started. Reaching space, the satellite will shed the shell and unfold. Onboard thrusters settle the satellite into an orbit. So, mhm. Besitzer zentraler deutscher Kern. Aufklärungssatellit. Noch 10 Jahre einwandfrei betrieb. Wird die Omega-Retal-Canone abgeschaltet. S5. 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 Was? Was? Ich will doch mal meine Hand in so einen Aftisch stecken. Damit es sich wieder besser geht. Was denn? Ach du Scheiße. Ja stimmt doch, dann geht es eben immer wieder besser an den Simon. S5. 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 S6. 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 S9. S5. Nein! Nein! Oh! Oh! What the fuck did you do? It was an accident. Katharine, talk to me. Katharine... Oh, God. Katharine. Did you say something? It's you. You had an accident. What are you... Oh. You mean Katharine. Don't worry, it's better this way. Uh... I mean, I read a lot of things about... uh... Outlast 1. Very, very many things. And... uh... a couple of things about... a couple of things about... uh... How did she die? You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the Ark. I thought I might not make it through the atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident. They were just trying to stop you from launching. I think I found the assembly space. What do you see? It's like a huge open shell. A bullet, ready to be loaded. That's great. All prepared for the Ark. Right. I'll go pick it up. How could they kill me? Katharine. I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. Come on. Don't do this to yourself. Und das die halt wie gesagt sehr sehr viele Sachen über... ...über Outlast-Polsen und halt mit der Community viel quatschen. Und äh... Ich bin immer noch der Meinung, was Outlast 2 VR Unterstützung haben wird... wahrscheinlich. Das ist so meine Vermutung. So, da kommen wir jetzt hier der Strom, den wir wahrscheinlich einetzen, ne? Es geht nicht mehr so, wir müssen nur versuchen. Wenn wir kümmern, dann kümmern wir. Wenn wir Glück haben, dann kümmern wir. Wir haben einfach die Humanität eine neue Chance, eine ganze neue Ere. Mit dem Ark auf der Erde, vielleicht haben wir ein paar Dekäte von Power, um es zu gehen. In der Raum? Wir haben Tausende Jahre. Es war trotzdem ein verdammt. Das war nie über Sicherheit. Es ist über Hoffnung. Bei angeblich so ein Outlast beim Mütter haben, habe ich noch nichts von gehört, noch nichts gelesen, keine Ahnung. Weiss ich nicht. So, jetzt ist die Frage, wo ist die Ark jetzt hier oben? Wo ist die hier unten? Dann haben wir unten schon mal alles eingeschaltet. So. Ja, vielleicht ein Singleplayer und ein Multiplayer wäre schon wieder interessant. Ich sag mal, wenn du mit zwei Mann so da lang läufst und dich erschreckst, kann bestimmt auch lustig sein. Wenn es gut gemacht ist, natürlich. So, wo muss ich denn jetzt hin? Hier vielleicht? Komm, wir gehen mal zum Launch-Dome. Ja, hier muss ich noch gar nicht hin. Ist ja klar. Kann ich also noch nicht zum Launch-Dome. Das muss dann doch unten sein. So wie das aussieht. Service Area. Von hier kamen wir, glaube ich. Oder? Waren wir hier schon? Nee. Oh Mann, das sieht wieder so... Okay, wir können nichts tun hier. Das sieht wieder so danach aus, als würden wir hier noch irgendwie eine Verfolgung haben. Vielleicht. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Aber es ist gerade sehr entspannt, muss ich sagen. Ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Naja. So, Ration bereits nach Tau verlegt. Seht zu, dass ihr hierher zurückkommt, wenn ihr Hunger habt. Kroski. Das wird gar nicht für ernst genommen, wenn es ein Multiplayer ist. Tu, ich kann es ja nicht sagen. Ich kann mir ein Multiplayer-Horrorspiel auch sehr gut vorstellen, wenn es wirklich gut gemacht ist. Zum Beispiel, wenn so ein... Es ist ja auf... Es ist ja auf... Ich glaube, auf Kickstarter ist ja so ein Horror-Multiplayer-Spiel am Laufen. Wo, ähm... Einer ja so einen Killer spielt. Und vier oder fünf weitere ja so Flüchtende spielen. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Dass das gut funktioniert. Wenn es, wie gesagt, gut gemacht ist. Halt im Multiplayer, ne? Nur wie das dann mit Outlast aussieht. Und ob das mit Outlast irgendwie funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Jetzt frage ich mich gerade, wo die Arche ist. Die wird ja dann wahrscheinlich unten sein, ne? Gehen wir nochmal runter. Oh, diese Links-Poster. Ja, ja. Die haben nicht viel Grips im Schädel. Sehen wir denn unseren... Ne, unseren Körper sehen wir nicht. Ich dachte, wir sehen unseren Körper. So, Main Generators. Wo zum Teufel ist denn die Arche hin? Ach, du meinst das Freitag der 13. Spiel? Ich glaube, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Auf jeden Fall ist da irgendwie so... Einer spielt einen Killer. Und dann gibt es da auch so welche, die die Jugendlichen spielen. Und... Das ist nicht die Arche, ne? Ne. Und, äh... Man muss da irgendwie flüchten von dem. Keine Nutzlast. Hier ist auf jeden Fall... Wo die Arche rein soll. Der Arm sieht hier so eklig aus. Ja. Wir haben ja unsere Hand verloren. Hier können wir auch nichts tun. Verdammt, wo ist die Arche? Oder ist hier vielleicht... Hätten wir vielleicht hier erst was machen sollen. Warte mal. Ich versuche nochmal diesen Akku zu holen. Weil wenn das nicht geht, dann ist der Raum eh nur dafür da gewesen, um diesen Akku zu organisieren. Den wir ja schon haben. So. Dann schauen wir mal. Den Akku können wir also doch noch rausholen. Vielleicht können wir den ja hier vorne irgendwo einsetzen und nutzen. Ja, um die Türen zu öffnen. Natürlich. Oder? Ne, doch nicht. Hm. Doch, hier verle... Ja, hier. Guck an. Am Montag ist, äh... Endlich wieder... TWD-Tag. Das heißt... The Walking Dead-Tag. Ach, hier ist die Arche. Kann ich das mitnehmen schon? Nein, kann ich noch nicht. War ja klar. Das wirkt mir alles sehr, sehr einfach hier. Das wirkt mir alles zu einfach. Arche hinbringen. Akku holen. Wie viele Folgen ist denn jetzt schon eigentlich von der... Von der... Von dieser... Walking Dead-Staffel hier dieses, äh... Mit dem Anfang von Walking Dead. Wie heißt das denn nochmal da, diese neue Serie? So... Boah, wie heißt denn das nochmal? Die läuft jetzt auf Prime momentan. Feel the Walking Dead. Genau. Feel the Walking Dead. Guckt das einer von euch? Weil ich habe die ersten zwei Folgen. Also die Pilotfolge habe ich gesehen. Und die ersten zwei Folgen, glaube ich. Und jetzt wollte ich mal fragen, ob da einer schon irgendwas weiß von, äh... Ob da schon weitere Folgen raus sind. Genau, Feel the Walking Dead. Genau. Sind leider nur sechs Folgen. Ah, okay. Oh, da muss ich aber ordentlich was nachholen. Weil ich habe wie gesagt nur Pilotfilm und glaube ich die erste Folge gesehen oder so. Also die ersten beiden. Also ich gucke das auch. Ich habe die ersten zwei, wie gesagt, das Pilotfolge und den ersten... Die erste Folge da gesehen. Das war ganz cool. Hat mir sehr gut gefallen. Was das noch? Ich bin echt nicht so bängig mit gunst, dassen sie ausgült werden. Oh, hier geht's. All die Systeme sagen, geht's! Lock und Load! Wenn wir' mit dem Gunn wegheben, kommen wir nach der Gunn wieder zum dritten. Uff! Ja, das war ja einfach. Ne, weiß ich auch nicht. Okay, ich warte bis alle da sind. Na, dann wollen wir mal. Da ist wieder der eklige Arm. Ja, willkommen zu Let's Play Live Show und alle neuen Zuschauer jeden Freitag im Samstag, 20 Uhr. Immer noch bei Soma. Seit 8 Uhr. Da bin ich noch nicht sicher, ob das so klappt, wie sie es jetzt beschrieben hat. Das angeblich mit zweifeligen mit einer Klappe, dass das auf einmal jetzt gehen soll. Ich habe ihn hier mal gespannt. Was für fünf Menschheit! Ladebildschirm? Oh ne, doch. Ich wusste es doch auch. Oh nein. Das sieht so ein bisschen aus wie bei Space Mountain. Wie heißt es nochmal hier in Disneyland Space Mountain? So ein bisschen wie die Abschussbasis bei Space Mountain in Disneyland. Wo ich da noch nie gewesen bin. Würde ich auch gerne mal hin. Meine Güte, was haben die denn alles gebaut? Ist ja der Wahnsinn. Schade, ich dachte, man sieht Dings jetzt da drin. Die Munition. Warum habe ich nur so ein bisschen das Gefühl, dass es gleich unheimlich schief geht? Dass das nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Wir müssen die Menschheit retten. Danger Restricted Area. Ach, guck mal eine an. Ein Stühlchen. Ich werde nie mehr daran erinnern. Ich glaube, du musst nicht mehr. Nicht nachdem das jetzt vorbei ist. Genau. Habe einen Seat. Was soll ich benutzen? Was? Wie, wieso? Du, wieso? Achso. Ah, ist ja cool. Hi, Wayne Juckz. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier geht's. Ich trau dem Braten nicht. Was? Was hast du waiting für? Ich bin mir gegründet. Ich bin mir gegründet. Push the button when you're done. Here we go. Now turn in back. Thank you, son. Don't mention it. It's an amazing thing you did. And I want you to know I appreciate it. Time. 20 seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. I thought you guys were going to build a bandwagon. Hm. She's got it. We didn't. Von wegen. I'm still here. I'm still here. Catherine? Catherine? I'm here. What the hell happened? What went wrong? Nothing. They're out there. Among the stars. We're here. No. We were getting on the Ark. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon at Omicron. Just like the man who died in Toronto a hundred years ago. No. This is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks. But our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're going to die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survived, that something lives on. No, 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 no. Fuck this. Fuck. Fuck this. Fuck you. Fuck you, Catherine. You lied. And I believed in you. I trusted you. You said we're getting on the fucking Ark. We are on the Ark, you idiot. I didn't lie. I can't be responsible for your goddamn ignorance. You fuck. Fuck. Catherine? Please don't leave me alone. Catherine? Catherine? Das war's. Alter Schwede. Puh. Oh mein Gott. Alter, was ein hartes Ende. Jetzt sitzen wir da auf dem Stuhl. Vereinsamen langsam. sind oder beziehungsweise quasi eine weitere Kopie ist von uns auf dieser Arche. Und ja, wir werden elendig wahrscheinlich verhungern oder wahrscheinlich sterben auf diesen Stuhl. Und äh. Na ja. Auf jeden Fall. Also das Game ist richtig geil. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schon lange nicht mehr so erschrocken. Und ähm. Ja, wir warten auf jeden Fall noch die Credits natürlich ab. Ja. Ähm. Was gibt's da? Also es hat ein sehr geiles, also Gameplay mäßig. Okay, kann man sich jetzt drüber streiten. Gab's schon in zig Horrorspielen. Gab's schon, also ob Slenderer oder Amnesia Silber. Halt, wie gesagt, diese Versteck-und-seh-mich-nicht-Technik halt. Und ähm. Grafisch ist es echt Hammer. Also es macht einen guten Eindruck für ein Indie-Game. Und ähm. Ja, wie soll ich sagen? Es ist, ähm. Es ist sehr cool vom, von der Art Modell. Woher? Also die Sound-Kulisse war. Boah, alter Schwede. Also das muss man echt mit, mit, äh. Das muss man echt mit Kopfhörer spielen. Und ähm. Das. Weil sonst, sonst kommt, sonst kommt die Atmo gar nicht rüber. Also ähm. Das ist, äh. Ein richtig geiles, richtig geiles Gefühl gewesen. Ich glaube, der Nightbot ist gar nicht mehr da. Kann das sein? Doch, der ist noch da. Ähm. Das war ein richtig geiles Gefühl, dieses Spiel zu spielen. Vor allem, wie gesagt, dieses, dieses, ähm. Ja, die Sound-Kulisse. Und das mit dem Unterwasser. Boah, das sah so fett aus. Also ich konnte mir das echt. Also so hätte ich mir gerne ein Bioshock gewünscht. Wirklich. Also so hätte echt ein Bioshock sein können. Das wäre echt cool gewesen. Ja, das waren die Credits. Vielen lieben Dank an die Entwickler von Frictional Games. Vielen lieben Dank. Das war, boah, geiles Game. Bitte mehr davon. Bitte, bitte, bitte mehr davon. Na. So. Spoiler. Daylight. Daylight, was? Ja. Wo, wie? Ja. Wo, wo sind wir? Wir sind auf jeden Fall ein Mensch wieder. Ich sehe überhaupt nichts. Hallo. Ah, ich höre Vögel. Ich glaube, wir sind auf der Arche. Boah, geil. Unsere Kopie ist auf der Arche. Und damit herzlich willkommen zu Everybody's Gone to the Water. Boah, geil. Ist ja cool. Also sowas liebe ich ja, wenn nach den Credits noch wirklich was kommt. Boah, ist das cool. Boah. Ich frage es natürlich, wo sind die anderen Menschen alle? Hallo? Sind wir hier alleine? Hallo? 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 Der Himmel explodiert. Entschuldigung. Ich wollte die Atmosphäre nicht trüben. Ja, sehr schön. Wo sind die ganzen Menschen hin? Und was haben wir hier? So, Kalibrierungsvermessung Version 0.3. Willkommen. Wenn Sie dies lesen, haben Sie es in die Arche geschafft. Diese Umfrage soll die Entwicklern bei der verbesserten Verständnis ihrer subjektiven Erfahrung geben und wie sie ihr Wohlgehen verbessern können. Bitte fahren Sie mit der Umfrage fort. Wie würden Sie Ihren physischen Zustand beschreiben? Ich fühle mich normal. Ich fühle mich gestärkt. Eine bessere Version meiner selbst. Ich fühle mich fremd. Ich bin ein Gast in einem anderen Körper. Ich fühle mich falsch. Nicht mehr wie ein echter Mensch. Ich fühle mich, glaube ich, würde ich jetzt mal beschreiben... Nein, 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 nein. Scheiße, nein, 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 nein. Alter Schwede, das war knapp gewesen. Das war verdammt knapp. Ich mach mal... Ich hab jetzt beinahe aus Versehen auf Neustart bei meinem Rechner gedrückt, weil da so ein Update-Card kam. Und dann sagte... Hab ich aus Versehen auf Neustart gedrückt, anstatt auf später klicken. Wir machen jetzt für YouTube trotzdem noch eine kleine Folgenpause und dann geht's hier gleich spannend weiter.